Guten Morgen miteinander und ich sage ganz herzliches Willkommen zum Kinderfest 2018. Wir sind von der Zürcher Kantonalbank und wir haben vor allem etwas für die Kinder organisiert, damit sie ein Spiel machen können und bei diesem Spiel wollen wir auch auf die Masoala-Halle hinweisen. Heute wünsche ich, dass ganz viele Kinder das Kinderfest ganz gut in Erinnerung haben und sich noch Ihres Allom daran erinnert. Wir sind im Restaurant KRONE im Wetzikon. Wir machen heute die Fest für alle Kinder im Wetzikon. Pizza, die kann selbst anrichten und wir machen einfach Backen für alle Kinder. Wir sind von der Jugendsensorge Zürich und haben im Wetzikon auch eine Filiale. Wir machen bei dem Kinderfest mit und stellen die Lehren zur Verfügung. Wir haben einen grossen Spielbus mitgebracht mit verschiedenen Spielzeugen, wo die Kinder ausprobieren können. Also Spiel und Spass von der Jugendsensorge. Wir sind der Uni-Hockey-Club Schwarz-Gelb Wetziken. Wir matchen die Erwachsenen gegen Kinder. Also von der Jugendmusik Wetziken helfen wir als Gastvereine, um den Kindern ein Instrument vorzustellen und können Schmackhoff machen, damit sie auch irgendwann mal einen Nachwuchs haben. Wir haben für die Kinder ein Schlangenbruch machen oder ein Parfusswerk, was auch damit zu tun hat, dass wir auch viele in der Natur sind. Für den offenen Jugendarten in Wetzikon müssen wir Büchse werfen für die Kinder und Kinder schminken, die die Jugendlichen von uns im Jugendrat einen kleinen Kurs gemacht haben und jetzt für die Kinder schminken. Für mich ist das eine der tollsten Sachen in Wetzikon, also Stadtfest, Kinderfest, dort wo sich Leute dermassen engagieren, es ist super. Es ist eine Durchmischung und Lebendigkeit vom Feinsten. Also wir sind die Schulalternative Zürich, das ist die Privatschule auf fristlicher Basis. Und wir haben da einen Wettbewerb organisiert, man kann Gutschen verzieren und sich schminken. Wieso stirbt es da so? Ja, das ist natürlich beim Feuer. Bert, Indium, was macht ihr da? Wir sind von der CEF in Wetzikon und bei uns können Kinder Bratwurstbrateln kommen. Wir sind ein Tanzstudio in Wetzikon, Tanzstudio Melanie. Wir haben organisiert so ein bisschen girly-haft mit Kinderschminken, mit Haarsträhnen, mit Tattoos. Ich bin ein Tanzstudio in Wetzikon. Die listen ist so nah, das läufig ist heute an einem der neuen. Machen wir den Sellar wieder. Wir sind der Verein Rubens und Spielplatz, wir haben hier einen Stand oder Plätze, um zu werken und die Hygien- und Anwohnerstätten zu verändern. Ich bin der Glun und richtig bin ich der katholische Jugendarbeiter von Wetziken und Gossau. Wir machen hier, weil wir angefressen sind, sehr viel auf dem Wasser. Wir werden in drei Wochen an Wochen segeln. Mit 36 Jugendlichen haben wir alles unter dem Motto Wasser. Wir sind die Firma Sichtkontakt, ein Augenoptik-Fachgeschäft. Wir machen dieses Jahr am Kinderfest mit und haben einen Bastel- und Malplausch organisiert. Wir machen das Kinderfest 2018 in Wetziken. Heute ist ein schöner Samstag mit ganz vielen Vereinen und Organisationen. Über 30 verschiedene Sachen kann man ausprobieren und hat man am heutigen Tag probieren können. Denn das Kinderfest ist da für die Kinder und hat die Kinder eingeladen, ganz viele Sachen zu schnuppern, zu probieren und vor allem zu testen. Wir freuen uns über hunderte von Besuchern am Kinderfest 2018 in Wetziken. Bei uns über Fertig ist das vor Ort. Untertitelung des ZDF für funk, 2017